In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, warum viele Menschen Angst vor der Zukunft haben und wie du dir diese Angst wirklich dauerhaft auch nehmen kannst und einfach, ich sag mal, frohen Mutes in die Zukunft blicken kannst, egal was für eine Zeit bevorsteht. Hallo, willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex und wir wollen uns heute mal eine sehr spannende Thematik anschauen. Ganz viele Menschen haben ja wirklich Angst vor der Zukunft, gerade in der aktuellen Zeit. Die Krise kommt, wie entwickeln sich die Aufträge, wie entwickeln sich die Kosten, wie entwickeln sich die Mitarbeiterthematik, wie entwickeln sich das Material. Das sind alles Themen, die den Leuten wirklich Gedanken machen, Sorgen bereiten und wo die Leute halt sagen, okay, ich kann teilweise wirklich nicht mehr in der Nacht ruhig schlafen, weil ich mir wirklich Gedanken mache, wie ich basierend auf der aktuellen Auftragslage vielleicht die nächsten Monate meine Leute bezahlen will oder basierend auf dem aktuellen Material die nächsten Monate meine Aufträge abwickeln will. Und was ich halt für mich mentalerweise sowas immer mache, ich meine, wir haben ja alle irgendwo eine gewisse Personalverantwortung, wir haben ja auch 35 Leute, für die wir verantwortlich sind. Und das Erste, was ich mal ganz konkret trennen würde und das fällt die meisten schon sehr schwer, ist der Punkt, dass die Zukunft nicht etwas ist, was einem passiert, sondern was man mitgestaltet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also Zukunft passiert nicht. So würde ich zumindest rangehen an die Sache. Das ist so ein Punkt, der den meisten Leuten schon komplett suspekt ist, wo die sagen, ja, aber es hängt ja auch ganz viel davon ab, wie sich die Marktlage entwickelt. Nein. Wenn du mit dem Strom schwimmst, wenn du sagst, okay, du machst alles, wie es die anderen machen, ja, dann bist du von der Marktlage abhängig. Wenn du mal ein bisschen kreativ anfängst zu denken, wenn du ein bisschen überlegt anfängst zu denken, wenn du ein bisschen, ich sag mal, innovativ als Unternehmer bist, mal wirklich wieder das Unternehmer sein in den Vordergrund stellst und nicht einfach nur jemand bist, der Aufträge und Bestellungen entgegen nimmt und dir irgendwie ein bisschen verwaltet im Hintergrund, weil so geht es den meisten gerade. Aber wenn du wirklich anfängst, wieder Unternehmer zu sein, dann ist Zukunft nicht etwas, was dir passiert, sondern Zukunft ist etwas, was du mitgestaltest, wenn du einen gewissen Einflussbereich sogar wirklich für andere auch mitgestalten kannst. Bestes Beispiel ist die Zeit, die wir jetzt hier hatten von 2019 bis 2021, wo die Leute wie verrückt alle gekauft haben und die Hälfte der Agenturen zusammengebrochen ist, einfach weil die Kunden keinen Bedarf mehr hatten. Und wir sind in der Zeit gewachsen, wir haben uns in der Zeit vervierfacht. So wie haben wir das gemacht, obwohl die anderen Agenturen, also die Hälfte der Agenturen sicherlich verschwunden ist vom Markt, realistisch. Ja, ganz einfach, indem wir unser Spielfeld selber ausgewählt haben. Wir haben halt gesagt, okay, Kundengewinnung ist für uns ein wichtiger Teil, ja. Aber nur bestimmten Bereichen, Kundengewinnung, wo es auch nach wie vor sinnvoll für die Leute ist. Und wir haben die Mitarbeitergewinnung mit dazu genommen. Und das hat dazu geführt, dass wir halt uns vervierfachen konnten, wo andere geschrumpft sind. Und das ist einfach, was ich dir mitgeben möchte. Du kannst die Zukunft bestimmen, du kannst deinen Einflussbereich erweitern. Es gibt Dinge, da hast du keinen Einfluss drauf, da wollen wir nicht drüber reden. Wie sich jetzt morgen der Materialpreis entwickelt, da hast du keinen Einfluss drauf. Aber du hast Einfluss drauf, wie sehr dich das betrifft. Wenn du von Anfang an zum Beispiel in deine Verträge eingebaut hast, dass wenn sich Materialpreise steigern, du die Preise mit steigern kannst, dann hast du schon mal ein Problem weniger, was ganz viele andere Leute haben. Wenn du auf der anderen Seite zum Beispiel dann auch noch gesagt hast, ich nehme noch eine gewisse Anzahlung von meinen Partnern, dann hast du auch kein Liquiditätsproblem, weil du vielleicht plötzlich in Vorleistung gehen musst bei irgendwelchen Lieferanten. Also du kannst ganz viele Dinge in der Situation mitbestimmen, wie du die selber gestaltest. Das gleiche bei der Mitarbeitergewinnung. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, gibt ja keine guten Leute auf dem Markt. Im Durchschnitt stimmt das sicherlich. Wenn man alle Leute da draußen betrachtet, alle Unternehmen und alle Mitarbeiter sieht, dann ist da ein riesen Gap, eine riesen Lücke dazwischen. Das ist wohl so. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass trotzdem weiterhin Betriebe Leute einstellen. Und ja, die Leute verlieren, werden irgendwo anders verloren gehen bei anderen Betrieben. Das ist sicherlich so. Die Frage ist nur immer, wer von der Seite bist du? Bist du der, der weiterhin Leute einstellt oder bist du der, der sagt, nee, ich warte ab und langsam Leute verliert? Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und viele sagen mir dann auch, ja, bei einer aktuellen Zeit jetzt in Werbung zu investieren, ist ja sehr unsicher. Es ist noch viel Unsicheres nicht zu tun. In der Werbung sollte man ja dann investieren, wenn die Zeit gerade schlecht ist. Dann muss man ja sichtbarer sein. Und nicht, wenn die Zeit gut ist. Klar, wenn die Zeit gut ist, würde ich auch in Werbung investieren, einfach um für die schlechte Zeit vorgesorgt zu haben. Ich investiere generell immer in Werbung, einfach weil ich es für sinnvoll halte. Aber letzten Endes, gerade wenn die Zeit schlechter wird, gerade dann muss man halt mehr Aktionen bringen. Und was die meisten eher machen, die überfallen in so eine Schockstarre, die machen gefühlt gar nichts mehr. Und ja, was passiert dann? Ja, gar nichts. Es passiert dann, dass sie sich einfach wieder normal im Markt entwickeln. Und wenn er nach unten geht, gehen die halt mit nach unten. Und er wird nach unten gehen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es wird so sein, dass die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich, dass alles etwas schwieriger wird. Aber wie gesagt, du bestimmst selber, wie viel dich das beeinflusst. Und es wird auch Unternehmen geben, die auch in dieser Zeit wachsen werden. Und es ist deine Entscheidung, zu welchen Unternehmen du gehören möchtest. Frag dich einfach immer, wie kannst du deinen Einflussbereich erweitern? Wie kannst du dafür sorgen, dass sich das Materialthema eben nicht mehr so stark betrifft? Dass sich der Mitarbeitermangel eben nicht mehr so stark betrifft? Dass sich die Unsicherheit der Kunden eben nicht mehr so stark betrifft? Wie kannst du zum Beispiel im Vertrieb besser werden? Wie kannst du deine Leute besser schulen? Wie kannst du bessere Systeme aufbauen? Das sind die Fragen, die du dir das stellen musst. Und nicht, wie kannst du möglichst viel Geld sparen, um am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, was die meisten Leute jetzt ja probieren, tatsächlich zu sagen, okay, die haben, sagen wir jetzt einfach mal Einnahmen. Ausgaben von 100.000 Euro, K steht in dem Fall für Kilo, also 1.000, und Ausgaben von 80.000. So, sagen wir jetzt einfach mal das als Beispiel. Und was jetzt bei vielen passiert, die Einnahmen sinken. Die Einnahmen sinken irgendwie auf, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal 60.000. Und was die Leute jetzt versuchen, ist die Ausgaben auch auf 60.000 zu bringen, damit man kein Geld verliert. Problem daran ist nur Folgendes. Erstmal 20.000 Ausgaben zu kürzen, ein Viertel zu kürzen, ist gar nicht einfach. Das heißt, man müsste auf Werbung verzichten. Was mittelfristig dazu führt, dass die 60.000 nicht mehr stehen bleiben, sondern eher 40.000, 30.000 draus werden, und man dann Leute entlassen muss. Vor allem aber, wenn man sagen würde, okay, ich habe hier Ausgaben von 80.000, ich gebe jetzt aber nicht 80.000 aus, sondern ich gebe jetzt 82 aus. Ich gebe jetzt nicht mehr 80.000 aus, ich investiere noch 2.000 Euro mehr in Werbung. Ich gebe jetzt 82.000 aus. Wird das dazu führen, dass dein Umsatz wieder hochgeht, auf ungefähr wieder 100.000? Klar, du hast 2.000 Euro weniger Gewinn, sicherlich. Aber du hast noch Gewinn. Und das ist halt der Punkt, den die meisten in meinen Augen nicht verstehen. Man kann halt mit Werbung immer noch sehr viel hebeln. Und gerade jetzt die Zeit ist mega präsentiert für Werbung, weil 90% der Unternehmen Angst haben und keine Werbung mehr schalten. Die Werbung wird viel günstiger für alle anderen Werden, die es machen. Und deswegen wird es Leute geben, die in der Zeit extrem profitieren, und Leute, die extrem Probleme bekommen. Also meine Empfehlung immer, mach dir keine Gedanken oder hab nicht so viel Angst vor der Zukunft. Frag dich einfach, wie du deinen Einflussbereich erweitern kannst und damit die Zukunft mitgestaltest für dich. Weil Zukunft ist nichts, was uns passiert, ganz ehrlich. Wir alle haben in der Hand, ob wir was tun oder ob wir nichts tun. Wenn wir nichts tun, dann passiert es uns, ja. Wenn wir aber was tun, dann passiert es uns nicht. Dann ist es was, was wir mitbestimmen. Und bitte versuch, diese Denkweise wirklich für dich jetzt anzunehmen, für die nächsten Jahre, am besten fürs restliche Leben, weil es doch viele Sachen, viele Ängste nimmt und bei vielen Sachen dir einfach ein gutes Gewissen gibt und dich, ich sag mal, frohen Mutes weitergehen lässt. In dem Sinne, ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen die Angst nimmt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du auch noch da Fragen zu hast, gerne da immer kommentieren, gerne natürlich liken, damit du keine Videos verpasst, weil wir werden auch konkrete Techniken mitgeben, wie du deinen Einflussbereich erweiterst. Auch da kommen wir zu. Und übersteh die Zeit gut. Und übersteh die Zeit gut.